Sturm Mortimer legt jetzt los und da wird es doch ordentlich windig werden im Laufe des Tages. Also Sturmwarnung, da muss man wirklich schon von sprechen, denn die Bäume, die haben ja noch Laub momentan. Dementsprechend haben sie eine viel größere Angriffsfläche als im Spätherbst oder Winter. Und die Wälder, die sind schon auch noch arg gebeutelt durch die Trockenheit oder auch durch den Befall von Borkenkiefern. Und damit können sie auch schneller umfallen, also bitte Vorsicht. Aber Sturmwarnung, es gibt manche Bereiche in Deutschland, da sieht es heute genau so aus. Beispielsweise auch auf dem Oktoberfest in München, da haben wir nochmal einen Sommertag mit Föhn und Sonnenschein. So ungerecht kann das Wetter dann eben sein. Aber bleiben wir im Norden, da sieht es eben nicht nach Sommer aus, sondern hier lebt der Wind wieder auf. Wir haben ja ohnehin schon Sturmböen an der Nordsee gehabt und auch auf den Bergen. Das wird dann im Laufe des Tages wieder mehr werden, gerade auch in Richtung Harz, Thüringer Wald, schwere Sturmböen möglich. Und später dann aber auch in den Niederungen von NRW beispielsweise und im Emsland. Also auch dort ist Vorsicht geboten. Das passiert besonders dann, wenn hier Schauer und Gewitter später aufziehen. Es wird vorher auch sehr grau sein, dann später mal ein paar Wolkenlücken. Ansonsten ist es insgesamt sehr wolkenreich und sonnenarm. Immer wieder Regen, der durchzieht, der kann durchaus auch mal kräftiger ausfallen. Gerade dann, wenn mal Blitz und Donnermitte dabei ist. In der Südhälfte, ich habe es schon gesagt, da sieht es ganz anders aus. Je weiter wir nach Süden gucken, desto mehr Sonnenschein. Später schieben sich so mal ein paar Schleierwolken von den Alpen herein. Aber der Föhn, der zeigt hier, was er kann. Der Wind ist nicht ganz so stark unterwegs, aber wird später dann auch über den südwestlichen Bergen loslegen mit schweren Sturmböen. Die Temperaturen dementsprechend sehr unterschiedlich. Rund 24 bis 26 Grad in den Föhnstrichen im Süden. Ansonsten im Norden gerade mal so 14, 15 Grad und damit 10 Grad weniger. In der Nacht, da kommt dann das Sturmfeld hier so richtig rein. Wir sehen schon gerade in der Mitte und im Süden teilweise auch in den Niederungssturmböen. Und am Montag geht es dann weiter, besonders im Osten. Und am Montag geht es dann weiter.